Wisst ihr, seit ich ausgezogen bin, gab es ein leidiges Thema bei uns und das war das Kochen. Denn wenn man lange und viel arbeitet und dann oftmals spät nach Hause kommt, bleibt irgendwie nicht viel Zeit dafür übrig. Zumindest nicht, wenn man bedenkt, was zu einem Kochabend alles dazugehört. Man muss erstmal planen, welches Essen man will, man muss die Zutaten dafür einkaufen, man muss das Gericht zubereiten und meistens hat man dann noch etwas übrig, sodass man die nächsten Tage gleich mal dasselbe essen kann, da man sonst Essen verschwenden würde. Und genau aus diesem Grund und vielleicht auch weil das Werbebudget von dieser Firma sehr groß ist, haben wir uns dazu entschieden, vor sechs Monaten HelloFresh zu testen. In diesem Video möchte ich euch gerne davon erzählen, was ich über HelloFresh zu sagen habe, wie ich es empfunden habe, ob es wirklich so gut ist, wie es in der Werbung und in diesen ganzen Videos immer scheinen mag. Also HelloFresh ist ein Kochboxensystem, das heißt in jeder Kochbox findet ihr genau die Zutaten, die ihr benötigt, um die jeweils ausgewählten Gerichte zuzubereiten. Ihr könnt vorab, ungefähr eine Woche vorher, euch zwischen drei und sechs Gerichten entscheiden und dann auch die jeweilige Portionsgröße in der App ausbilden. Ihr bekommt dann die Kochbox inklusive aller Zutaten, die ihr dafür benötigt, nach Hause zugesandt. Das heißt, ihr bekommt alles bis auf ein paar Grundprodukte, die sie voraussetzen. Das ist sowas wie Butter, Öl, Salz und Pfeffer, also wirklich so Dinge, die man eigentlich zu Hause haben sollte. Ihr bekommt so einen kleinen Tiefkühlsack, in diesem sind dann alle Dinge, die eben eine Kühlkette verlangen drinnen und dann jeweils einzelne vorverpackte Säcke, in denen der ganze Rest für die jeweiligen Gerichte perfekt portioniert abgepackt drinnen ist. Eine Kochbox kostet, so wie wir sie bestellen, das bedeutet vier Gerichte a zwei Personen, kostet sie uns circa 60 Euro. Das sind 30 Euro pro Person oder 7,50 Euro pro Gericht. In der heutigen Zeit und in der Inflationslage finde ich das dafür, was man bekommt und wie viele Zutaten man bekommt und dass man eine ausgewogene, wirklich gute Mahlzeit zubereiten kann, einen absolut fairen Preis. Das Beste an den Kochboxen von HelloFresh ist, dass sie eben nicht nur die perfekten Zutaten bieten für das Gericht, es bleibt nichts übrig und ihr müsst euch nicht überlegen, welche Rezepte wir kochen wollen, was man dafür einkaufen muss und so weiter, sondern ein optimaler Faktor dabei ist zusätzlich, dass man seine Kochkünste verbessern kann. Das bedeutet, dass man die Chance hat, durch verschiedenste Gerichte verschiedenste kleine Dinge zu lernen, die später einmal helfen werden beim Kochen. Man lernt so die Tricks, wie lange muss man etwas anbraten, wie werden welche Zutaten circa verarbeitet, was gibt es für unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel Kartoffeln zu verarbeiten. All diese Kleinigkeiten merkt man sich natürlich, vor allem je öfter man es macht und somit kann man das dann auch später, wenn man mal alleine kocht, anwenden. Ich habe mir für das heutige Video gedacht, dass ich euch gerne eins von meinen letzten Rezepten einblenden möchte. Um das Ganze ein bisschen genauer zu erklären, ist es ein Expressrezept. Das ist also ein Rezept, wo schon einige Dinge vorbereitet sind. Der ganze Clou an der Sache ist, dass man etwas mehr dafür bezahlt, dann aber ein schnelles, meist unter 15 Minuten zubereitetes Gericht hat und somit auch an Tagen, wo es mal stressiger ist, zu einem guten und ausgewogenen Essen gelangen kann. Genau das würde ich euch gerne jetzt hier einblenden, wie ich dieses Gericht zubereitet habe und welches es ist. Natürlich, wie es im Endeffekt aussah. Also, wie es ist, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Das ist, wie es ist, wie es ist. Und ja, wie ihr gesehen habt, es ist wirklich einfach, die Gerichte zuzubereiten. Sie kommen wirklich gut verpackt an und es ist meistens auch alles da gewesen. Also, es war wirklich sehr selten, dass etwas gefehlt hat, was für mich natürlich immer ein großer Vorteil ist. Es gibt viele unterschiedliche Variationen von Gerichten und somit viele Möglichkeiten, um eben euren speziellen Ernährungsstil zu besänftigen. Dennoch gab es auch gerade am Anfang einige Probleme, auf die ich jetzt etwas genauer eingehen möchte. Also, meine Probleme mit HelloFresh waren am Anfang vor allem der Versand. HelloFresh ist eine deutsche Firma. Ich wohne in Wien, das heißt, die Versandstrecke ist etwas länger. Trotzdem muss eine Kühlkette gewährleistet sein und die Lieferfenster waren auch etwas groß. Und das hat dazu geführt, dass es manchmal dazu kam, dass ich meine Box nicht bekommen habe. Ich muss zugeben, da kam HelloFresh recht wenig dafür. Das war eher der Parant bzw. das Versandunternehmen, das hier die Probleme bereitet hat. Aber das war natürlich trotzdem ein Faktor, der mich eine Zeit lang dann wieder hat abschrecken lassen von HelloFresh. Ich muss dazu sagen, dass die Firma selbst wirklich sehr bemüht war und auch immer dafür gesorgt hat, dass wir Ersatz bzw. Erstattung bekommen und somit nie auf irgendwelchen Kosten hängen geblieben sind. Das größte Ärgernis daran war eigentlich nur die verlorene Planung bzw. das verlorene Essen, das man dann nicht bekommen hat. Mittlerweile haben wir das Lieferzeitfenster geändert und dadurch auch die Möglichkeit gehabt, zu einem anderen Versandunternehmen zu kommen. Und da funktioniert es jetzt prima. Wir bekommen jetzt meistens zwischen 20 und 22 Uhr unsere HelloFresh-Kochbox. Es funktioniert seit Monaten nun einwandfrei. Und somit war eines der größten Probleme für mich auch relativ schnell behoben. Ein weiteres Problem bei HelloFresh war, dass natürlich, und ich glaube, das ist bei der Absatzmenge relativ normal, es ab und zu der Fall war, dass Dinge gefehlt haben. Es haben entweder Zutaten gefehlt oder bestellte Nachspeisen oder Ähnliches. Und das ist natürlich auf den ersten Blick recht ärgerlich. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich die Dinge nachkaufen. Also man bekommt meistens bis auf Gewürzmischungen bei HelloFresh nichts, was man nicht auch im Supermarkt kaufen könnte. Und somit war es eigentlich nicht immer ein Problem. Ich konnte mich dann bei der Firma melden und habe sogar auch die Dinge erstattet bekommen. Selbst wenn mal Kartoffeln gefehlt haben oder Ähnliches, dann habe ich auch wirklich den Betrag, der diese eine Zutat circa in meinem Gericht wert wäre, auf mein Konto als Gutschrift erstattet bekommen. Und da muss ich wirklich ein großes Lob aussprechen, denn auch wenn es manchmal Probleme gab, der Kundendienst war eigentlich immer sehr freundlich und lösungsbereit, was man jetzt nicht unbedingt von jeder Firma sagen kann. Ein weiteres Problem, beziehungsweise das letzte Problem, das ich habe, sind die Rezepte. Die Rezepte an sich sind sehr gut strukturiert und formuliert. Aber manchmal ist es so, dass die Zeitangaben gerade dann, wenn man jetzt nicht der erfahrenste Koch ist, relativ unrealistisch sind. Also es gibt manchmal auch Expressgerichte, die absolut nichts mit Express zu tun haben und dann doch 30 Minuten dauern. Dann gibt es manchmal Gerichte, die eben extrem schnell gehen, wobei dann aber auf dem Rezept drauf stand, dass es 40 Minuten beanspruchen soll. Und das sind so Dinge, die natürlich dann auch in der Kalkulation manchmal schwierig sind. Dann hebt man sich zum Beispiel extra ein Expressrezept für einen Tag auf, wo es mal schneller gehen muss. Und es ging dann aber nicht schneller. Das ist natürlich etwas, das einen stört. Aber es ist nichts, was ja das ganze Prinzip kaputt gemacht hätte. Das war auch nicht oft der Fall. Und ich glaube, sich da genug Leute melden und das eben auch sagen. Und ich glaube, so verbessern sie natürlich stetig ihr Konzept und ihre Rezepte. Und somit dürfte das in naher Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Probleme bereiten. Ja, natürlich habe ich die Positivpunkte auch nochmal für euch zusammengefasst, auf die ich jetzt hier noch einmal genauer eingehen möchte. Das ist einmal natürlich das alles in perfekter Menge. An dem Tag, an dem man will, kommt. Dann hat man die vielseitige Auswahl. Das heißt, man kann sich zwischen wirklich sehr vielen unterschiedlichen Gerichten entscheiden. Und die sehen meistens wirklich, wenn man sie nachkocht und sich ein bisschen Mühe gibt, genauso aus, wie man sie in der App sieht. Also wirklich toll. Die Preis-Leistung finde ich persönlich in Ordnung. 7,50 Euro für eine vollwertige Mahlzeit ist für mich ein Preis, der gerade heutzutage in einer Großstadt völlig gerechtfertigt ist. Dass ich auch so viele unterschiedliche und neuartige Dinge ausprobieren kann. Und eben auch, als vierter positiver Punkt, diese Kocherfahrung, die ich durch das Kochen mit HelloFresh gewinne. Und der Spaßfaktor ist auch bei mir der fünfte Punkt. Denn zusammen mit meiner Freundin macht gerade das Kochen von HelloFresh-Produkten zusammen am Abend, nach einem langen Tag, wo man sich vielleicht nicht viel gesehen hat, wirklich Spaß. Es ist so eine schöne Zeit zu zweit, die man genießen kann. Und wo man einfach mal ganz friedlich und gemütlich zusammen ein Rezept kocht. Und das ist auch lustig, weil zusammen in der Küche stehen und einfach so einer Anleitung zu folgen, ist wirklich nicht das Schwerste. Und somit kann man auch sehr viel Spaß dabei haben. Ja, und es ist eine sehr abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Das wäre jetzt mein sechster Punkt. Und das spielt natürlich gut in die Karten, um gerade dem Körper etwas Gutes zu tun. Und einfach mal auch wirklich nicht nur die Standard-Bestellgerichte zu essen. Das bedeutet nicht nur Pizza, Pasta, Burger zu bestellen, sondern eben wirklich eine schöne, ausgewogene Ernährung zu haben. Wenn man bedenkt, dass man heutzutage für einen Burger schon mal leicht 18, 19 Euro zahlen kann, zumindest hier in Wien, dann finde ich das mit 7,50 Euro wirklich ein gerechtfertigter Preis für ein sehr gutes Gericht. Ich persönlich bin, wie ihr jetzt gemerkt habt, recht zufrieden mit HelloFresh. Und ich finde nicht, dass es nur viel Werbebudget und nichts dahinter ist, sondern wirklich einen deutlichen Mehrwert für viele Personen bieten kann. Und ich will jetzt hier gar nicht zur Marken bezogen auf HelloFresh sein. Ich will nur euch davon berichten, weil ich halt HelloFresh nutze. Ich glaube, es gibt sehr viele andere Kochboxen da draußen, die mindestens genauso gut sind. Aber an sich das ganze Kochboxen-Prinzip finde ich wirklich empfehlenswert. Und deswegen würde ich auch jedem von euch dazu raten, dass ihr das mal ausprobieren könnt. Es gibt bei HelloFresh so ein kleines Programm, die Freunde empfehlen. Und ich bin da jetzt nicht gesponsert. Dieses Video ist natürlich auch nicht gesponsert. Ich meine, mein Kanal ist zu klein für das. Aber man kann auf jeden Fall Freunde empfehlen. Und diesen Code habe ich euch mal unten in die Beschreibung reingepackt. Ich glaube, ihr bekommt damit sogar eine Gratisbox. Und wenn nicht, solltet ihr euch auf jeden Fall nicht mehr über diesen Code euch mal einfach eine Box zu bestellen und euch selbst davon zu überzeugen, beziehungsweise euch mal selbst anzuschauen, ob das etwas für euch ist. Ich glaube, es würde sehr vielen, vor allem jüngeren Menschen, die alleine wohnen, gut tun. Und es ist auf jeden Fall eine sehr coole Abwechslung. Wenn ihr jetzt interessiert seid und euch das ganze Food-Thema etwas mehr interessiert, könnt ihr euch dieses Video anschauen. Da habe ich 30 Tage lang komplett auf Fleisch verzichtet. Und das bei meiner Ernährung war gar nicht so einfach. Denn ich esse normalerweise sehr viel Fleisch, seitdem jedoch weniger. Kleiner Spoiler. Aber wenn euch das Ganze interessiert, dann klickt gerne auf dieses Video. Schaut euch das an. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da. Ich würde mich sehr freuen. Und wir hören uns beim nächsten Video wieder. Euer Flo. Tschüss. Tschüss.